Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Tipp, Trick wie auch immer, wie ihr 1250 Anima einsacken könnt und warum ihr, wenn ihr diese Quest verfügbar habt, die noch nicht sofort einlösen solltet, sondern am besten bis nächste Woche Mittwoch wartet. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen und damit ohne Umschweife los geht's! Wir sehen, get 1250 Anima from Final Twisting Corridors Questline after defeating Sire Denatrius. Heißt, ihr kriegt 1250 Anima für die Torgas Questline, nachdem ihr Denatrius getötet habt. Es gibt also ein paar Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Dazu kommen wir jetzt im Laufe des Videos. Also, wir gehen den Text mal Stück für Stück durch. Seit dieser Woche ist es möglich, die gewundenen Korridore freizuschalten. Dazu müsst ihr eine Quest erfüllen, die ihr von Bolvar in Oribos erhaltet. Also wichtig, ihr müsst die Quest abschließen für die gewundenen Korridore, wo ihr Hinweise finden müsst. Das ist Part 1. Dann schreibt Wildhead, Heißt also, wenn ihr die Questline für die gewundenen Korridore abgegeben habt, gibt's an und für sich erstmal keine weiteren Quests von Bolvar. Anders sieht das bei Spielern aus, die Denatrius bereits in Schloss Natria umgeprügelt haben. Und das geht aktuell nur auf normal HC Mythic, nicht LFR, da ist er noch nicht freigeschaltet. Diejenigen, die den bereits umgeboxt haben, bekommen noch eine weitere Questline. Und die beginnt genauso bei Bolvar und betrifft hier diese Quest, die ihr hier seht. Es sind scheinbar vier Stück. Ich habe die Questline noch nicht freigespielt, da ich noch nicht in den gewundenen Korridoren war. Das Ganze war gestern ein bisschen buggy und danach hatte ich Raid. Ähm, jedenfalls sieht es so aus, also, was ihr erledigt haben müsst. Erstens, gewundenen Korridore freischalten. Zweitens, Denatrius umboxen. Und drittens, bekommt ihr eine Quest von Remornia, dem Schwert von Denatrius. Die gebt ihr in, ähm, Revendreth ab, wo ihr auch nochmal satt Anima für bekommt. Und wenn ihr diese Schritte erfüllt habt, bekommt ihr eine weitere Quest von Bolvar. Das Ganze findet in Oribos statt und ihr müsst eigentlich nur Gesprächen lauschen. Laut Wowhead ist das zumindest so. Wenn ihr diese Anforderungen erfüllt habt und keine Quest angezeigt bekommt, empfiehlt Wowhead mal zu reloggen, dann sollte es funktionieren. Am Ende dieser Quest bekommt ihr ein Cinematic bezüglich Sylvanas und Anduin. Das Ganze werde ich, wenn ich es freigespielt habe, hier auf dem Kanal auch nochmal vorstellen. Und zum Abschluss fünf Items, die je 250 Anima geben, und zwar 1250 Stück. Das ist ein satter Batzen. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, warum ihr diese Quest nicht sofort abgeben solltet. Denn ihr erinnert euch vielleicht, jede Woche Mittwoch bekommt ihr eine Quest, wo ihr 1000 Anima sammeln sollt für euer Pakt-Sanktum und dafür gibt es eine Ruhmstufe. Wenn ihr diese Quest jetzt bis Mittwoch aufhebt in Oribos, nehmt danach die in eurem Pakt-Sanktum an für 1000 Anima und dann gebt ihr die Quest ab in Oribos, habt ihr die andere Quest automatisch gleich miterfüllt. Ich würde also empfehlen, wartet damit, bis ihr sie abgebt, denn dadurch bekommt ihr einen satten Boost auf euer Anima und müsst nicht noch jede Menge farben. Außer ihr wollt das natürlich. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch ein bisschen helfen. Wenn dem so ist, Like und Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.